Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier heute im claninternen Hartsturm-Turnier zum 26.07.2015 und ich trete zuerst gegen den Ultran. Er hat meinen Krieger gewehtot und ich habe seinen Krieger gewehtot. Das bedeutet, dass nur noch mein Magier, Jäger und Paladin drin ist. Und in der ersten Runde nehme ich mal einen Paladin. Und er hat glaube ich noch den Jäger, den Magier und den Schamanen drin. Also im Grunde gleich, nur mit dem Unterschied, dass er einen Schamanen hat und ich einen Paladin. Schauen wir mal. Erste Match von diesem Turnier. Zu teuer. Wir walten mal für den Notfall. Boah, warum ruckelt das? Ruckelt das? Hallo? Test. 1, 2, 1, 2, hallo, hallo. Ich glaube, es ruckelt nicht. Okay. Mein Paladin gegen Ultras, Jäger. Ich bin mal gespannt. Natürlich auch ein bisschen. Zuletzt Folge 110. Von meiner gewerteten Serie. War natürlich ein bisschen. Für den Kreuzzug. Ja, natürlich ein bisschen unzufrieden gewesen. Mit meinen Decks hat alles nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Ich würde es Ihnen zeigen. Ich würde es Ihnen allen zeigen. Okay. Ziel im Visier. Oha. Für die beste Schade. Ziel im Visier. Da hat er sich von dem neuen Add-on direkt mal inspirieren lassen hier. Okay. Ist das jetzt eine Sprengfalle oder eine Eisfalle? Eisfalle. Okay. Machen wir es mal so. Schön. Schön. Sehr, sehr schön. Und das wird ihn jetzt richtig ärgern. Tut mir leid, mein Freund. Wenn du das siehst. Ich leide mit dir. Aber nur so ein bisschen. Ja, tut mir leid. Der war gut. Da haben wir Raum gemacht, glaube ich. Der Paladin ist auch böse, ne? Da hat er mal alles geklappt, ne? Rata matata. So. Nicht mit mir. Für die Gerechtigkeit. Boah, ist das böse. Oh, hat er gedacht. Hm. Sprengfalle bestimmt. Oder? Könnte auch eine Eisfalle sein. Wie ich das jetzt so sehe. Eisfalle. Ja. Hm. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das Feuer wird mich läutern. Oha. Ah, komm. Ball, komm. Face. 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 Ja. Sehr gut. Da ist, glaube ich, nochmal eine Gleichheit fällig, oder? Wird jetzt gegen Ende, aber doch noch knapper, als ich dachte, ey. Da würde ich sagen, fitze, fitze, fratze, ne? Schön ins Gesicht geben, jetzt. Fuh. Fuh. Oh ha! Oh ha! Alter, was er alles raushaut, Junge. Okay. Waffensysteme aktiviert. Oh ha! Oh ha! Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gekämpft. Ich ergebe mich. Sorry, sorry. Ja, erste Runde schon mal gewonnen. Das fängt doch schon mal gut an, ausnahmsweise. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde gegen den Ultra wieder. Clan-internes Turnier zum 26.07. Jetzt ab jetzt den下面. Ja.